Ich dachte man kommt da vielleicht irgendwie oben drüber Ah Damm Pá-damm Damm C'mon lads you come the neighborhood and you do anything that looks suspicious. Off we go ja egal da werden wir jetzt ein paar abschlachten von denen ausschlachten ja vor allem schupfen runter hier pickel in der öffentlichkeit ja hast mich gar nicht gesehen man und dann zuckt er rum so stecken wir uns hier sind zwar fast tot dafür müssen wir die nicht alle abschlachten ist mir auch egal ehrlich gesagt schnellst wahrscheinlich er aus lass mich gehen jetzt lass mich doch gehen if i can get a hold of this querberus i'll be a step ahead of sticks i don't know what he wants to do with him but it sounded important so you think that i'm just a puppet that you can pull a string and make me dance well watch your ass or i'll be dancing on your fucking grave soldiers stay alert aaron was clear with what's happening in the prison we may well be visited by a creature of the elves querberus must not fall into their hands i'm getting close now the lab isn't far but where exactly what if i had a little chat with this soldier he seems to be the guy in charge all right listen up here's the deal i ask you one question and you get one chance to answer keep it short where is querberus the murals room ja er hat ihn nicht getötet ist ja schon mal nicht schlecht dem geht es besser als den meisten dem ich so begegne ja hier haben wir gesehen liegt eine münze und dann durch sagen wir sprechen hier damit wir diese katze nicht da und sehen müssen wenn ich versage ich werde schöpfer neu ersparen so das heißt wir müssen da hoch zu der fresken galerie zuerst nehme ich mir auch noch ein wurf messer hier ah guck der bietet sich an oh tschüss das ist runtergefallen das war ein unfall und dann müssen wir jetzt zur fresken galerie 36 meter ist gar nicht so weit weg nehmen wir uns mal das messer hier von dem jetzt braucht der nicht mehr tja tja ganz gut hier rüber ich hasse die käfer ich hasse diese käfer so dann müssen wir da hoch zu der fresken galerie nicht so laut so das messerchen das nehme ich mir das brauchst du nicht mehr eigentlich könnte ich den auch umlegen ne es wäre zu laut oh mein gott ich dachte ich bin tot ah ja wo tot das lebenselixier könnte ich mal nehmen ja 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 Wo geht's denn hier hin? Nirgends. Doch. Ja, hat mich mein Instinkt nicht gedrückt, ne? Hier geht's hoch. Oh, zu den Käfern, ey. Eklige Viecher. Geht weg. Geht weg. Jetzt speichere ich mal nach den Käfern, weil ich hasse die einfach. Ich hasse die. So sehr. Oben muss ich rein. Das heißt, da kann ich rüber. Wie komm ich da hoch? Ah, die Bamba. Ich bin unsichtbar. Da ist nix. Geh wieder. Ah, no. There's nobody. Sag ich doch. Jetzt geh wieder. Da schläft einer. Da schläft einer bei der Arbeit. Genau der Typ. Blitzschläfer, ey. Haken, hab ich gesehen. Haken, hab ich gesehen. Komm, lass mich doch hoch jetzt. Da rüber. Drauf. So. Komm, komm ich jetzt da rein. Komm ich jetzt da rein? Hä? Ich dachte, man kommt da vielleicht irgendwie oben drüber. Verdammt. Verdammt. Wie kommt man da hoch? Ach, da drüben ist ein Haken. Ja, dann. Das ist doch ganz einfach. Oder auch nicht. Warum? Warum geht das nicht? Freskengalerie. Guck, 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 guck. Das ist ein Geheimgang. Aha. Zu denen ich nicht rankomme. Was soll das? Ach, das ist ein Hebel. Ähm. Ja. Speichern. Noch mal speichern. Sicherheitshalber. Wenn ich das drücke, fährt die Wand runter. Das ist mir zu offensichtlich. Ah. Ach ja. Aber ich bin ja ein Zauberer. Ich bin ja sowas. Ja, tut mir leid, Kleiner. Na ja, ist ja auch noch verloren. Und rein. Aha. Aha. Ach so. Man hätte sich hier befragen können. Naja. Nicht mit mir. Oh, einen Goldharztrank können wir schon brauchen. Also da würde ich jetzt nicht nein sagen. Geht's auf Ex. Eine kurze Pause. So. Weiter geht's. Ähm. Was haben wir jetzt eigentlich bekommen hier? Kerberus. Kerberus. Ein Meter. Der ist da nicht. Ey. Wollt ihr mich veräppeln? Ist er tot? Sollte er hier drin sein? Elf Meter. 8, 7, 6, 5. Packt das gerade? Ach nee, ich muss rausgehen. Die Krecher aktiviert die Trap. Go get it. Well, was left of it? Also war das eine Falle. Wie er duckt? Ist ich wieder rein jetzt? Nee. Schick mal den vor. Den kleinen Gnom. Wär auch viel zu einfach gewesen. So. Wo komm ich da drüben raus? Wenn ich da reingehe. Ablenkungsmanöver, ja? ... Eigentlich wollte ich den platten machen. Warum würdest du einen kleinen Vialen von Amber geben? Ja, das ist die Belohnung für Schlafen bei der Arbeit. Blöder Platz, blöder Platz, blöder, blöder, blöder. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hier und Licht aus. Guck mal her. Ich wollte dich eigentlich leise töten. Was soll das? Jetzt kommen die blöden Käfer. Viadukt. Was ist ein Viedukt? Ich kenne ein Aqudukt. Das ist für Wasser, oder? Was ist ein Viadukt? zu sein das ist das ist wenn er singst es bis ist das sehr verdächtig diese kerze aber wird akzept das das immer wieder ausgeht hier haben die käfer was zu essen kleinen käferlein wie er duckt warte hier war ich schon mal die haben schon wieder ein level recycelt wunderschön wunderschön owain's not around i should be able to find some valuable items in this workshop might be worth a look do you remember captain oscar he was amongst the first volunteers in arkadash so so i'll be surprised Genau, da haben sie eine Münze hingelegt, ist ja klar. Danke, Spieleentwickler. Ihr seid so nett zu uns. Ja, ähm... Nee, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Autsch. Mann. Hat mir fast das ganze Leben abgezogen, jetzt habe ich wieder keinen Lebensdrang mehr. Naja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Äh, wo wir wahrscheinlich den Architekten finden werden, oder auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Und vor allem, was euch nicht gefallen hat, damit ich was ändern kann. An dem Ganzen. Gut. Na dann. Tschüss. Ja. Und dann. Ja.